Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Analyse der Wählergruppen bei der Europawahl 2024. Welche Partei erhielt welche Stimmen? Berlin, Brüssel. Die Europawahl 2024 brachte einige bemerkenswerte Veränderungen in der politischen Landschaft der Europäischen Union U mit sich. Diese Wahl war geprägt von einer hohen Wahlbeteiligung und signifikanten Verschiebungen der Wählerschaft, sowohl national als auch europaweit. Höhere Wahlbeteiligung. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei beeindruckenden 58 Prozent. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 51 Prozent bei der letzten Europawahl im Jahr 2019. Die gesteigerte Beteiligung lässt sich teilweise auf eine erhöhte Mobilisierung der jüngeren Wähler sowie auf gesteigertes Interesse an europäischen Themen zurückführen. Die Angst vor den Auswirkungen der anhaltenden wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen scheint viele Menschen an die Wahlurnen getrieben zu haben. Wählerpräferenzen nach Altersgruppen. Die jüngeren Wähler, 18 und 30 Jahre, zeigten eine deutliche Präferenz für Grüne und progressive Parteien. Die Grünen-Eva verzeichneten besonders starke Gewinne in dieser Altersgruppe, was auf ein wachsendes Bewusstsein und ein zunehmendes Engagement für Umwelt- und Klimathemen hindeutet. Auch die linksliberalen Parteien wie Renew Europe profitierten von der Unterstützung der jungen Wählerschaft. In den mittleren Altersgruppen, 31 die 60 Jahre, gab es eine breite Streuung der Stimmen auf traditionelle und etablierte Parteien. Die Europäische Volkspartei EVP und die Sozialdemokraten SND konnten hier eine solide Basis ihrer Unterstützung bewahren, auch wenn sie leichte Verluste an kleinere und radikalere Parteien verzeichneten. Bei den älteren Wählern, 60 Jahre und älter, dominierte weiterhin die EVP, gefolgt von den Sozialdemokraten. Diese Altersgruppe tendierte dazu, konservative und etablierte Parteioptionen zu bevorzugen, was zu einer stabilen Basis für diese Parteien führte. Nationale Unterschiede Die Wahl zeigte auch deutliche nationale Unterschiede in den Wahlpräferenzen. In Deutschland erzielten die Grünen historische Erfolge und konnten sich als zweitstärkste Kraft direkt hinter der CDU-CSU etablieren. Ebenso haben die liberalen Parteien wie die FDP leichte Zugewinne verzeichnet, während die SPD weiter an Boden verloren hat. In Frankreich hat die rechtspopulistische Partei Rassemblement National, RN, unter Marine Le Pen erneut an Stärke gewonnen und konnte sich sogar vor dem bisherigen Spitzenreiter La Republique en Marche platzieren. Dies deutet auf eine zunehmende Polarisierung innerhalb der französischen Wählerschaft hin. In Italien setzte sich der Trend fort, dass populistische Parteien wie die Lega sowie die Fünf-Sterne-Bewegung, M5S, hohe Stimmanteile auf sich vereinen konnten. Gleichzeitig erzielte die Partito Democratico PD moderate Zuwächse, was auf eine breite Spaltung in der politischen Landschaft hinweist. Wandel in Ost- und Südeuropa Osteuropa erlebte ebenfalls signifikante politische Verschiebungen. In Polen konnte die nationalkonservative Partei PiS ihre Dominanz weiter ausbauen, während in Ungarn die Fidesz-Partei von Viktor Orban erneut starke Gewinne verzeichnete. Diese Ergebnisse zeigen, dass der Trend hin zu nationalistischen und konservativen Kräften in diesen Regionen anhält. In Südeuropa gewannen Parteien, die auf wirtschaftliche Stabilität und Reformen setzten, erheblich. In Spanien konnte die Sozialistische Arbeiterpartei PSOE ihre Position festigen, während in Griechenland die konservative Nea Democratia an Einfluss gewann. Beide Länder zeigen einen Trend zu stabileren und zentristischen Parteien, möglicherweise als Reaktion auf wirtschaftliche Unsicherheiten und die Auswirkungen der Pandemie. Quellen und Nachweise Europäisches Parlament Wahlergebnisse 2024 EURACTIV Analyse der Europawahlen 2024 Politico EU Gewinner und Verlierer der EU-Wahlen 2024 Autor Anita Farke Sonntag 9 Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.